Der Heat Glove 1.0 Hunting wurde speziell für die Jagd entwickelt und weist auch dementsprechend spezielle Produktmerkmale auf. Der Materialmix aus Polyester, Leder und Polyamid verfügt über zusätzliche Kevlar-Verstärkungen, welche den Handschuh besonders robust machen. Farblich ist das Modell in olivgrün mit zusätzlichen orangen Highlights gehalten, welche für das Wild nicht sichtbar sind. Wie auch bei allen anderen Heat Gloves mit der Fingercap-Technologie, verläuft das Heizelement über den Handrücken und teilt sich dann auf alle Finger auf. Die Finger inklusive Daumen werden dabei von oben und unten beheizt. Was den Heat Glove 1.0 Hunting auszeichnet, sind seine speziellen Features. Sowohl der Daumen als auch die restlichen vier Finger können mit einem Handgriff abgeklappt werden. Kleine eingenähte Magnete sorgen dabei für perfekten Halt. Durch das Freilegen der Schießfinger muss der Handschuh zum Abdrücken nicht extra ausgezogen werden. Der Lithium-Pack wird ganz einfach in die Akkutasche auf der Innenseite des Handschuhs gesteckt. Wie bei allen anderen Lens-Produkten wird der Lithium-Pack auch hier mit den drei Druckknöpfen befestigt. Je nach Akkutyp hält der Handschuh bis zu 10 Stunden warm.